Äh, ja, äh, okay, hallo? Okay. Hey, YouTube Potential, komm zurück! Bei... Oh mein Gott. Der Sonder! Los, schnell! Okay, bei einer neuen Folge bei ersten Abends. Wir sind hier stehen geblieben. Was macht denn der Panzer? Darüber! Los! So. Okay, das wird böse enden. Das wird böse enden. Was habe ich denn hier? Okay, der Panzer kommt jetzt hier hin. No! Der Sonder hier hin! Der Panzer da hin! Okay, okay, ich bin völlig überfordert. Oh mein Gott. Richtig, richtig, hier drauf. Hau uns drauf. Okay, das hätten wir geklärt. Jetzt, Panzer... ...kommt mal hier hin. Los, nach da drüben! Störfeuer auf den Panzer! Okay, irgendetwas hat mich angeschossen. Ich habe keine Ahnung was. Okay. Ich schleiche mich mal um den Panzer herum. Wie wir es auch in der letzten Folge gemacht hatten. Ich hoffe, er bemerkt mich nicht. Er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Okay. Das war... Und das war total doof. Und das war blöd und gemein. Okay, wir machen es nochmal von neuem. Okay. Heute habe ich ein bisschen Lust. Und dann machen wir es. Was? Was? So. Der Sola. Dahin. Da in Deckung gehen. Panzer. Dahin. Okay. 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 Ich habe kein Magazin mehr. Ich habe nur noch eins. Ich habe nur noch eins. Was? Oh mein Gott. Das ist so doof. Der Sola. Ungelogen. So. Äh. Da drauf schießen. Da drüben. Und hier sollt da drauf schießen. Oh. Ellen. Hey. Ellen. 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 Okay, ich schmeiße jetzt einfach eine Granate. Habe ich eine? Ja, ich habe eine. Ich habe eine. Ich habe eine. Ich habe eine. Okay, das ist gut. 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 Wow. Wo ist mein Panzer? Okay. Das war... Ich werde sterben. Ich werde sowas von drauf gehen. Kann mal hier jemand den Panzer ablenken? Ja, dann fang mal auch damit an. Okay, ich hab hier kein Backmeld. Ich geh jetzt weg. Tschüss. Okay. Panzer. Geh mal vor. Panzer, fahr vor. Warum jagt er eigentlich nur mich? Hier sind so viele Leute. So. Äh, hallo? Ist das jetzt ein Problem? Okay. Idiot. Wetten, der dreht sich jetzt. Okay. Noch hat er es nicht getan. Noch hat er es nicht getan. Bitte. Ruhe. Ruhe. Easy. 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 Der hat mich noch nicht bemerkt. Noch nicht. Hallo? Was machst denn du hier? Das... Gar nicht. Kannst du mal aufhören? Gar nicht. Bewegung. Geht her. Geht doch. Geht doch. No. Okay. F drücken. Alles klar. Okay, den Panzer schalten wir jetzt noch einmal aus. Lululululululul. Weg da, weg da, weg da, weg da. Okay, der Panzer fährt vor. Wir sind nur noch zu zweit. Wo ist denn der Panzer? Wo ist mein Panzer? Okay. Warum fährst du nicht da durch? Anstatt da jetzt drum herum zu fahren. Oh mein Gott. Krieg ist kein Spiel, meine Freunde. Krieg ist kein Spiel. Ich hab die Sorge, dass ich gleich wieder draufgehe, kurz beim Ziel. Fah, doch, Panzer. Geh. Oh oh. Genau. Schieß direkt ruf. Schieß direkt ruf da. Richtig so. Okay. Hat er die jetzt erledigt? Ja, hat er. So, und jetzt. Panzer. Los, in die Richtung. Heilung. Bis dahin. Okay. Los. Los. Mach hinne. Du Dödel. Ich versteck mich jetzt einfach hinter ihm. Da lang. Los. Vollgas. Okay. 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 Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Heißt dir die Artillerie aus. Feuer hat das Artillerie-Team. Oh. Das war's schon, oder wie? Puh. Rein mit euch, Jungs. Oh, da ist der Baker. Baker, alter Freund. Lang nicht mehr gesehen. So, zu. Wir haben freigeschaltet. Blablabla. Okay. Sie haben sie blutbezahlt. Es ist dann so leid gefallen, der in Harzogs Geschichte überlebt hat. Wollen sie ihn wiederbeleben und Harzogs Story fortsetzen? Ja. Müssen wir ja, im Endeffekt. Weil wir ja dumm, wenn nicht. Womit wir bei Hügel 30 wären. Sergeant Baker hat dort gute Arbeit geleistet. War bestimmt ein schweres Gefecht. Baker war's nicht. Wie bitte? Sir, ich... Ich will nur sagen, ständig höre ich, dass es Baker war, der bei Hügel 30 die zweite Panzerdivision geholt hat. So war es aber nicht. Wir brauchen dringend Panzer! Schickt uns Panzer! Leggett war's. Es will nur niemand darüber sprechen. Warum, Sergeant? Holt mich! Er hat es geschafft, das Hauptquartier zu erreichen. Dann kam Hilfe. Äußerst unwahrscheinlich. Private Leggets Funkgerät war defekt. Anscheinend hat das Gerät noch gesendet. Und Sergeant Baker? Er war immer gerne mittendrin. Jedes Mal, wenn ich ihn traf, hatte er gerade eine Artilleriestellung ausgeschaltet oder einen Mörser von den Füßen geholt. Er hat sich seine Streifen verdient. Aber das gilt für uns alle. Alle haben sie verdient. Becker hat eine Narbe. Haben Sie ihre auch aus diesem Gefecht? Hey, was fällt dir ein, meine Frau anzufassen? Können wir bitte bei Hügel 30 bleiben? Okay. Da haben wir das Kapitel abgeschlossen. Dann mach ich einfach mal weiter. So. Sagen Sie, wie schwer waren die Gefechte? Verdammt! Er bewegt sich nicht! Arzog! Es sind einfach zu viele! Wir müssen die auf der linken Flanke vom Nachschub abschneiden! Erledige das und komm zurück! Wir halten das hier nicht ewig durch! Becker sieht nicht gut aus, Sergeant! Bewegung! Penog! Geh mit Arzog! Okay. Wo lange muss ich denn gehen? Da lang. Tempel! Limmer! Kann ich hier eine neue Waffe aufnehmen? Das wäre aus... Nein, kann ich natürlich nicht. Alle zu mir! Halt die Hände! Corian! Zu mir! Geht klar! Okay. Geht klar! Wo lang muss ich denn hier? Ja, wieder in das Feuer! Wahrscheinlich hier lang. Um den dann in den Rücken zu fallen. What? Oh. Okay. Oh shit! Geh doch! Dahin! So! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Eigentlich könnte ich hier von rechts gehen, aber ich bin zu faul. Stirb doch! Du Kakerlakte! Oh, da ist ein MG! Da ist ein MG! Ich geh jetzt da hin! Das MG erwischt mich niemals! What? Was? Okay. Weil wir mitten in der Mission sind und es eine dumme Zeit ist, würde ich sagen, wir beenden hier das Ganze und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und dann bis zum nächsten Mal.